Hey, was geht ab, liebe Ausbildungssuchende? Ich zeige euch mal ein paar Vorteile von einem der wichtigsten Ausbildungsberufe für die Weltwirtschaft. Die Ausbildung Kaufleute für Spedition und Logistik. Die Speditionsbranche bietet viele verschiedene Arbeitsplätze und Berufe, die für dich interessant sein können. Du kannst zum Beispiel an einem Flughafen, Seehafen oder in einem Industriegebiet arbeiten und das überall auf der Welt. In der Speditionsbranche hilfst du allen möglichen Menschen dabei, ihre Ware pünktlich und unbeschädigt an ihrem Wunschort zu erhalten. Der Beruf bietet sichere Arbeitsplätze in einer krisensicheren Branche. Deutschland als Wirtschaftsstandort ist von einem Funktionierenden im und Export abhängig. Fachkräfte werden dann dauerhaft gesucht. Die Weiterbildungsoptionen versprechen viele Aufstiegsmöglichkeiten, die durch Qualifizierungslehrgänge möglich sind. Tee kommt aus Indien oder China, Kaffee hat die lange Reise aus Brasilien hinter sich, Melonen kommen aus Spanien, Wein kommt aus Frankreich oder Neuseeland und der Laptop auf dem Schreibtisch setzt sich aus Bauteilen aus Japan zusammen. Und dank uns kommt das alles auch hier nach Deutschland oder auch in andere Länder. Kurz zusammengefasst sorgen Speditionskaufleute dafür, dass die Ware stets pünktlich und mit möglichst geringem Aufwand ihr Ziel erreicht. Der angehende Kaufmann bzw. Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung durchläuft eine dreijährige Ausbildung in einem klassischen Ausbildungsbetrieb. Ich hoffe wir konnten dich etwas begeistern für die Ausbildung und hoffen natürlich du bist ein Teil unseres Teams.